Hallo wieder zurück beim Let's Play 10.800 Zombies Ja, ich habe mich doch jetzt dafür entschieden, dass wir einmal zwei Folgen aufnehmen Erstmal die Chapter 1 und einmal Chapter 2 Und da würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit Chapter 2 A penny for your praise Und ja, weil wir jetzt noch von neu angefangen haben Wo wir gestorben sind und so, mussten wir komplett ohne Waffen auskommen Wunderschön Ähm, so Wuppa So, äh, da Ha 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 Und BAAAAM Ha 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 Ich weiß nicht nicht noch mal ich bin ich jetzt mal schön ich hab keine Lust ja ich hab jetzt das Prinzip verstanden Medipacks die zeigen dann oben links in der Ecke und die heilen mich einfach ich war einfach zu gucken, dass ich kapiert okay so wow, Flammenwerfer scheiße, ich sterb ja gleich und BAH und BAH und BAH und BAH und insgesamt eigentlich und das ist nämlich ein Flammenwerfer in den Wechsel und BAH und BAH und auf der anderen Seite gleich passiert genau das gleiche wie vorne und auch nix und BAH war das nicht schlau? Ja, war das nur schlau und BAH und BAH auch noch mal so das ich weiß ich bin der beste ja ich bin naa nicht schon wieder es gibt es doch nicht klar das ist doch super klar mach mal was gutes los ja ich kann auch zu power ne so ich gehe jetzt einfach nicht ich stürme da jetzt nicht einfach mal so rein ich mach das jetzt taktisch und zwar taktisch rein stürmen und wie ist das? klappt der ist tot da hab ich noch ein ammo und runter gehts wow ich hab Angst scheiße ich hasse diese Zeit so oh 5 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 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 6 5 Hau ab! Wapp, 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 wow! Und? Tod! 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 Du bist sowas von tot! Du Scheißzombie! Und, ah, nein! Wäre ich doch nicht in die gleiche Richtung gerannt wie der, wäre ich doch einfach in die andere Richtung gerannt. Oh Mann, wie doof kann man sein? Aber so bin ich mal eben hier Doofheit bekannt. Ähm... Ja... Na, da rüber stimmen und ah nein! Und da rüber und na nein! Ey, das gibt's doch nicht! Mal wirklich! Hopp und hopp und hopp und hopp und ab! Nein! Und ab! Und ab! Und perfekt! Jetzt schafft ihr es! Und hopp und hopp! Alalala! Okay, so... Wieso eigentlich immer diese... diese komische Depri-Musik? Wieso nicht einfach was fröhliches? Sowas Pipi-Langstrumpf-mäßiges? Ähm... Ich bin hier gestorben. Und da ist sie... Und... Ob ich umbringen will und stecken will. Ich nehme ihn um. Und da... Boah! 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 Und... Einfach mal... Ja. Wie viele Minigames habt ihr gespielt? schreibt es einfach in die kommentare ihr könntet mir am besten irgendwelche mini-games empfehlen die könnte ich dann hier irgendwie let's playen das wäre eigentlich echt super wenn ihr das könntet schreibt einfach in die kommentare oder per nachricht was welche spiele ich schaue hier nie mal an schickt mir am besten den link dazu weil sonst komme ich damit nicht klar aber sonst ja ja also einfach und genau im falschen moment ja ja super ja super super ich hab da zwei noch von anfang anfang ne ich mach ja nur so ein let's play show also also let's play show irgendwie sowas und da ich schon wahrscheinlich 10 minuten gespielt hab plus nochmal die anderen 10 minuten von vor 20 minuten das reicht doch schon eigentlich für so ein wunderschönes let's play show auch weil in chapter 2 komm ich jetzt sowas nicht und dann müsste ich jetzt nochmal so lang spielen ich hab sowas nicht mehr so viel zeit und ja deswegen sag ich jetzt einfach mal ja tschüss und ich hoffe mal euch hat's gefallen euch hat's gefallen ähm ja eine bewertung von 10 von 10 punkten ne ja und ja ich werd's auf jeden fall nochmal spielen denn ich denk mal ob ich den ja ob ich den Bosskant nicht einfach mal aufnehmen und bei mir persönlich in meine eigenen schräge stelle das mach ich denk ich mal ich werd's dann auch nochmal unten verlinken das video und ähm wenn ihr wollt könnt ihr es euch angucken wenn nicht dann lasst es da einfach aus mir rüber also ich würd mich einfach freuen wenn ihr es bewertet und ja wenn ihr es auch selber spielt ihr könntet mir zum Beispiel Videoantworten schicken wo ihr das Spiel spielt und irgendwie auch ähm hier eure Kommentare dazu abgeben wie findet ihr das Spiel und ja würd mich freuen darüber also tschau und ich hoffe auf ein paar Antworten euer Gladys Scrabbit tschau